Der Prolog von Orit vom 1. November Gedenken Die Heiligen, Cosmas und Damian, waren uneigennützige Ärzte und Wundertäter. Brüder nach dem Leibe wie auch im Geist. Ihr Vater war Heide, ihre Mutter Christin, und sie kamen in Kleinasien zur Welt. Nach dem Tod ihres Vaters verwandt ihre Mutter Theodota all ihre Zeit und all ihre Mühen darauf, ihre Söhne auszubilden und sie als wahre Christen zu erziehen. Gott half ihr und ihre Söhne reiften wie süße Früchte und wurden zu leuchten für die Welt. Sie waren kundig der medizinischen Kunst und halfen den Armen, ohne dafür ein Entgelt zu nehmen, wobei sie weniger mit Arzneien als sich im Namen Jesu Christi halten. Man nannte sie uneigennützige Ärzte. Das bedeutet Ärzte, die kein Geld für ihre Arbeit nehmen, denn sie halten umsonst und erfüllten so das Gebot Christi. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Matthäus 10, Vers 8 Sie achteten derart sorgfältig darauf, die Menschen ohne Entgelt zu heilen, dass Cosmas einmal sehr zornig auf seinen Bruder Damian wurde, weil dieser drei Eier von einer Frau namens Paladia angenommen hatte und verfügte, dass er nach seinem Tod nicht neben seinem Bruder Damian begraben werden wolle. Tatsächlich hatte der heilige Damian die Eier aber nicht von Paladia als Lohn für ihre Heilung empfangen, sondern weil sie ihn im Namen der heiligen Treib beschwor, die Eier anzunehmen. Die Brüder wurden dann trotzdem nach einer Offenbarung Gottes in der Stadt Fehremann zusammen bestattet. Die heiligen Brüder waren sowohl zu Lebzeiten als auch nach ihrem Tode große Wundertäter. Eine Schlange kroch durch den Mund in den Bauch eines schlafenden Feldarbeiters und der unglückliche Mann wäre unter größten Schmerzen gestorben, wenn er nicht im letzten Augenblick die Hilfe der heiligen Cosmas und Damian angerufen hätte. So verherrlichte der Herr die Wundertätigkeit derer, die ihn auf Erden durch ihren Glauben ihre Reinheit und Umherzigkeit verherrlicht hatten. Der heilige Märtyrer Hermengild, der Gote, war der Sohn des gotischen Königs Leowigild, der der arianischen Heressie anhing. Hermenegild jedoch wandte sich nicht ab vom rechten Glauben trotz aller Schmacheleien und Drohungen seines grausamen heretischen Vaters. Sein Vater warf ihn ins Gefängnis und sandte am Passrammorgen einen heretischen Bischof, um in die Kommunion zu reichen. Doch der Gottgefällige lehnte es ab, die Kommunion aus der Hand eines Heretikers zu empfangen und der heretische Bischof teilte dies dem König mit. Dieser geriet den Zorn und befahl dem Henker, Hermengild hinzurichten. Dies geschah im Jahr 586. Leowigild bereute später, dass er seinen Sohn getötet hatte. Er verwarf seine Heressie und kehrte zur Orthodoxie zurück. Der Gott geweihte Märtyrer Jakobus und sein Schüler Jakobus und Dionysius. Jakobus wurde in der Diözese Kassoria geboren. Seine Eltern hießen Martin und Paraskevar. Jakobus wurde durch seine Arbeit als Schäfer wohlhabend und dadurch zog er sich den Neid seines Bruders zu, der ihn vor den Türken fälschlich bezichtigte. Er habe einen Schatz im Boden gefunden. Jakobus floh nach Konstantinopel, wo er wiederum sehr reich wurde. Einmal war Jakobus Gast bei einem türkischen Bey. Der Bey aß Fleisch und Jakobus fassete. Da sagte der Bey, groß ist ein christlicher Glaube und er teilte ihm mit, dass seine Frau geisteskrank gewesen sei und wie er sie, nachdem alle Ärzte und Heilmittel versagt hatten, zum Patriarchen gebracht hatte, damit dieser Gebete überlesen möge. Kaum habe der Patriarch das Buch geöffnet, um zu lesen, habe ein himmlisches Licht in der Kirche zu strahlen begonnen. Nach der Beendigung des Gebets sei seine Frau gesund gewesen. Als Jakobus hörte, wie der Türke den christlichen Glauben rühmte, verteilte Jakobus all seine Güter und ging auf den heiligen Berg, wo er im Kloster Iviron zum Mönch geweiht wurde. Er widmete sich auf dem heiligen Berg der Askese und er litt für den Glauben aus der Hand der Türken am 1. November 1520 das Materium. Seine wundertätigen Gebeine und jene seiner Schüler Jakobus und Dionysius ruhen im Kloster der heiligen Anastasia in Galakistu in der Nähe von Thessaloniki. Lobeshymne Die heiligen Kosmas und Damian Die Kirche verherrlicht die wundertätigen Ärzte. Strahlende Sterne leuchtend im Herrn. Die heiligen Kosmas und Damian, zwei Christen, wundervolle Giganten. Therota war die Mutter dieser Söhne. Diese Giganten zog sie auf. Die ruhmreichen Brüder erfüllten das Gesetz und erfreuten Gott durch ihre Barmherzigkeit. Sie erfreuten Christos, den Barmherzigen, den größten, uneigennützigen Arzt. Sie empfingen die Gabe und wurden Ärzte. Sie empfingen die Gabe, doch sie verkaufen sie nicht. Sie schenkten die Gabe Gottes den Armen und den Christi Namen halten sie. Nicht hat die Zeit die heiligen Gottes mit Dunkelheit verhüllt. Stets war es so und so ist es auch jetzt. Auch die wundertätigen Ärzte hat sie nicht verhüllt. Sie leuchten heute ebenso wie einst und helfen den Kranken und Unglücklichen. Bereitwillig durch kraftvolle Gebete vor Christi himmlischen Thron. Ehre und Herrlichkeit den wunderbaren Ärzten. Betrachtung Der heilige Ilarion von Mecklin führte einen erbitterten Kampf gegen die Bogomilen. Einmal kamen die Führer der Bogomilen zu Ilarion und begannen, mit ihm über den Glauben zu diskutieren. Die Bogomilen lehrten, dass Gott die geistige Welt geschaffen habe, doch die materielle Welt sei ein Werk des Teufels. Ilarion erwiderte darauf, dass in der Heiligen Schrift geschrieben steht, König der ganzen Welt ist Gott. Psalm 46, Vers 7 Und auch Des Herrn ist die Erde und ihre Bewohner. Psalm 23, Vers 1 Die Bogomilen behaupteten, Das alte Testament sei vom Teufel. Darauf entgegnete Ilarion. Wenn das alte Testament tatsächlich vom Teufel wäre, hätte Christos dann sagen können, Ihr erforscht die Schriften. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Johannes 5, Vers 39 Und hätte er dann kundgetan, dass die größten Gebote jene der Liebe zu Gott und zum Nächsten seien, die einstmals von Moisés gegeben wurden? Die Bogomilen behaupteten auch, Christos habe sein Leib vom Himmel mitgebracht. Darauf erwiderte der heilige Ilarion, dass wenn es so wäre, der Leib Christi weder Hunger noch Durst noch Schwäche und Leide hätten fühlen können. Noch hätte er sterben können. Die Bogomilen zeigten ihm dann ihre Missbilligung des Kreuzeszeichen, das sie Eurdoxen machen. Darauf erwiderte der Heilige. Und was werdet ihr tun, wenn das Zeichen des Menschensohnes, das Kreuz, am Himmel erscheint und wenn alle Völker der Welt, die nicht an Christos glauben, klagen werden? Und er fügt ihr hinzu, wie könnt ihr sagen, dass alles Böse aus materiellen Bösen kommt und bringt jenem Holz keine Feierung entgegen, durch das die materielle Welt geheiligt wurde. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Kraft der Worte des Apostels. Apostelgeschichte 16 Wie Paulus und Silas zu den Frauen sprachen, die im Fluss von Philippi zusammenkamen, wie der Herr das Herz einer Frau namens Lydia öffnete und sie und ihr Haus getauft wurden. Homilie Über die Berufung aller Christen, Heilige zu werden An die Heiligen, die in Ephesus sind Der Apostel nennt die Christen in Ephesus Heilige. Er bezeichnet nicht ein oder zwei oder eine Gruppe von ihnen als Heilige, sondern sie alle. Ist dies nicht eines der großen Wunder Gottes, dass Menschen, die nicht in der Wüste leben, sondern in der Stadt und zudem in einer dem Götzendienst und der Ausschwerfung ergebenen Stadt Heilige sein sollen? Dass verheiratete Menschen Heilige sein sollen? Menschen, die Kinder hatten, arbeiteten und Geschäfte betrieben? Von solcher Art waren tatsächlich die ersten Christen. Wegen ihrer Hingabe, Treue und ihres Eifers im Glauben konnte man sie berechtigt als Heilige bezeichnen. Wenn in diesen letzten Tagen Heilige die Ausnahme geworden sind, so waren die Unheiligen in jenen frühen Tagen die Ausnahme. Heilige waren die Norm. Wir dürfen daher nicht überrascht sein, dass der Apostel alle getauften Seelen in Ephesus als Heilige bezeichnet. Und er hat noch einen anderen, einen noch erhaberen Namen für alle Christen. Söhne, Söhne Gottes. Galater 4, Vers 6 Der Herr selbst gab uns das Recht, uns so zu bezeichnen, als er uns lehrte, Gott zu nennen, unser Vater. O meine Brüder, sagen wir nicht jeden Tag zu Gott, Heiliger Gott? Nennen wir nicht die Engel heilig? Nennen wir nicht die Mutter Gottes heilig? Und die Propheten und Apostel und die Märtyrer und die Gerechten? Nennen wir nicht den Himmel und das Reich des Himmels heilig? Wer sonst kann dann im Heiligen Reich leben als Heilige? Wenn wir auf die Rettung hoffen, hoffen wir auch auf die Heiligkeit. O heiliger Gott, der du an heiliger Stelle wohnst und unter den Heiligen rufst, der du die Heiligen zu dir rufst und Erbarmen mit ihnen hast, hilf auch uns, dass wir in Gedanken und Worten und Taten geheiligt werden. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin. Amin.